Harry sagt guten Morgen, heute am 20. Dezember 2019. Wir haben jetzt gerade 17 Grad, um 9.29 Uhr, also es ist ziemlich frisch. Wir haben keinen Wind, wir haben ja eigentlich auch gar keine Wellen, obwohl die Wassersportler anderer Meinung sind. Es ist bewölkt im Moment, aber wir sehen ihn, den blauen Himmel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, und mit diesen Aufnahmen verabschieden wir uns dann auch wieder für heute und sagen bis morgen, hasta mañana.